ab ist ein unglücklich gerade er hat ja auch mal so geschossen dass man dort schon kann irgendwie hatte jetzt geht's fast was habe ich okay steuerung ducken und c ist dann das ding und auf der weite die maustaste passt ich ja und weißt du was das weißt was das beste am ganzen ist krieg sie habe ich jetzt erst herausgefunden er kräftet aus den kisten das geht nicht überhaupt gescheit bei mir läuft vor musst du probieren ja start x 11 könnte vielleicht okay sein hauptsache nicht die xbox-version die ist zehn jahre dahinter das ist eine zeit lang so am anfang eigentlich so dauert ein bisschen wie krass man wie krass und es gibt ein es habe ich habe einen dreifach bogen das verbraucht einen schuss schießt aber dreifach irgendwo war das doch schon im spiel die ja wie irgendwie also ich hasse ja ich habe so eine phobie gegen diese ganze gezeichnete sachen deswegen mag ich halt eher so so no one survive so der sieht es hat die jetzige zeit das hat so bunt und so aber es geht und es gibt sogar dann schon bosse ich bin aber nicht drin gewesen weil ich noch zu klein bin aber es gibt alles ich habe mir original zum spiel nix angekult ich kenne es nur als das meme pokémon game mit waffen das habe ich gar nicht gewusst bis vor bis gestern dass da eine mitte steht ich habe da ich habe diesen ein feuer fuchs als flammen werfer genommen ich nehme die hand in der spuckt flammen flammen werfer und sowas so habe ich schon gelesen ich zu dir ich schicke die ip dann kannst du rein anders geht es nicht anders geht es nicht weil das server nicht zu finden ist vielleicht nur bei den office offiziellen geht das hatte ich muss gino du nimmst die ip und lässt den port so wie er ist man kann zu direkt join beim suchen ist er nicht da sondern nur so zu erreichen scheiße jetzt ist kalt das server steht schon seit 11 oder 12 wo ich weiß schon zu hause früh weil ich bin doch früh weg aber ich was ich was durm durch nach dem durch machen vorhin ins wasser gesprungen kaltes wasser hp 50 pro sekunde weniger kurz vorm ding gestorben vorm vom ufer und das geil ist was ich auch jetzt ich habe ich realisiere es jetzt weil ich erst mal jetzt ein bisschen rumgehen und mich umschaue was ich halt beim spiel gar nicht so mag normalerweise immer raus exploren so entdecken alles aber hier zu hause viel geiler managen du machst das du machst das der macht dies ist wirklich faktorium mit siedler weil du kennst ja wenn du siedler so ein gebäude hinstellt da kommen die gelaufen und bauen das auf das macht das machen die auch da kommen die kommen die gelaufen und helfen dir mit zu hämmern du hämmerst und die hämmern auch mit oder du kannst auch alleine hämmern lassen also kannst du nicht ausdenken das game das ist wieder version 00 irgendwas also genau 012 und die xbox version haben die 0 1 version oder so noch jetzt versuche ich meine rüstung noch mal zu holen ich weiß nicht ob man bosse probten kann wollen kann volle ball es wäre falls wäre dann habe ich erst jetzt auch realisiert dass man das ist ja steinschere papier prinzip dass man da ja ich kenne keine ahnung vorgeworfen ich weiß es gibt schnappst du da die schnapp so oder polonese oder wie die alle heißen da oder tiramisu titet im ego win eulowin chiracu weiß ich die ganzen komischen viecher da und es ist ja so du musst einfach hier so ein bisschen fachwissen aufholen es ist ja so dass hier auch hier kein paul ist es ja die pokémons in dem fall keinen richtigen namen haben alles so komisch außer der nightwing bestemann einfach nightwing heißt er unter anderem heißt was mit ihr seiten herrscht deswegen dauernd hey die haben alle keine richtigen namen geil mann und charakter bei mir ist standard nur lila lila haarfarbe wenn ich jetzt raus ist immer noch kalt man die nacht stört eigentlich nicht ich habe gedacht das ist erst was mich stört dass ich dann sofort umstelle das ist nacht kürze aber es geht du hast du hast eine fackel dann ist er nicht mehr kalt und das geht dann ach so was ja noch krass ist was ich auch noch nie im spiel erlebt habe du brauchst das habe ich auch jetzt gecheckt du brauchst die berge gar nicht umlauf sondern du kriegst sie einfach straight auf den 90 grad band hoch einfach hochkaraxeln sagen du ausdauerst kannst du den charakter nicht mehr bearbeiten er hat man nicht braucht doch kein schwein kommt irgendwann steht da du brauchst du nicht bearbeiten den müll weil du nicht so ausschaut wie so ein ogre ist alles gut dann haben wir eine ganz gute gemacht ja das ist gut extra für dich das gut ich habe mich gewundert warum der typ speziell auf der karte ist also richtig auf der karte verzeichnet das ist kein einziges mal auf der karte verzeichnet aber aber der schon ok wo muss ich wollen beim haupt ding unten mitte wo es alle ressourcen gibt das halt du siehst die punkte ein pokémon sondern ressourcen ich habe das genommen wo es dann alles gibt also gibt nur einen punkt das ist beides fünf sterne ebene des aufbruchs des aufbruchs da bin ich und das mit den quest ist auch nicht schlecht so was kriegst du quest super anleitungen dachte und nein ich habe ich habe hier quest ist nervt total aber es ist nur so was du sowieso bauen muss hey bau mal dies bau das ich werde angegriffen in der nacht ich muss hier weg ich will nicht wieder vor einem ding sterben kommt schnell gute 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 ich muss meine eine facke rausnehmen welcher baba packt den luten bitte auf f und nicht auf e weiß nicht ich habe keine ich habe keine rüstung oder was ich habe keine fackeln doch ok geht wieder weil sie nicht der hand hat den luft kanone gilt tot mein gott ich habe meine rüstung geholt und ich bin gestorben weil ich nicht mehr geschaut habe dass du mich noch einer angreift ich bin vor ich bin das schon lange nicht gestorben jetzt bin ich damit gestorben einmal absichtlich weil ich hier den töten wollte jetzt nur noch mal den weg herlaufen man kann ja nicht die sporten von ein zum anderen aber das ist ja gerade zwischen zwei orten ok noch mal denn also mich hat was angegriffen danach zum viech hat wahrscheinlich eher auf 200 tapeten hat noch mal noch mal geschossen als ich angekommen bin man muss ich man muss erst mal das ganze verstehen hier es ist echt faktorio weil es das geht eins an das andere und da musst du erst mal das optimal sehr rausholen sag ich mal ok ich habe jetzt einer der anpflanzt der andere bewässert und dann haben wir gemeinsam gespritzt ich stehe jetzt hier und spritze gemeinsam mit dem wasser und so haben wir jetzt genug essen zum glück wahnsinn man also diese ich sag mal diese quality of life feature sind in dem spiel ultra hammer was du so als selten kriegst nur durch moz oder so ist schon gut durchdacht natürlich hast du auch ziemlich am anfang gegen den gleitschirm und ich kann auch schon auf dem lama reiten aber das lama scheiß langsam ich habe den nightwing gefangen der war irgendwie level 11 oder 12 und ich bin ganz low gewesen auf den gefangen zum glück kann aber die auf dem noch nicht fliegen du brauchst dann für alles zum geschirr weißt du damit du halt es nutzen ist ja klar so eine art sattel genau genau das kommt erst vielleicht später machen es ist halt es ist ein ultra arg es hat wie arg nur mit nicht dinos obwohl es auch dinos gibt habe ich gesehen hammer arg mit siedler und alles andere gemischt ist das bei der pokémon spiel auch so denn deine viecher können nichts für dich machen also da hast du keine sklaven arbeiterei und das ist halt dann hier einzigartig wieso ist denn der char nicht richtig gedreht hallo dass wir mal kurz noch ein punkt hier manuell ach so du kannst marke auf der karte setzen so ist auch nice was du auch eigentlich nicht immer kannst ich bin hier mal so eine fremde bude eingebrochen bin mal eben trink weg bringen ach so du kannst ja auch wenn ich sterbe kann sogar mein gut holen steht da schnell bevor es ein anderer holt so eine scheiße ja ich glaube nicht dass wir schon zusammenspielen können du musst dir erstmal gucken ja dass du durch ein bisschen müssen zurecht wenn das eigentlich mal und vielleicht kann man dann gemeinsam dann schon seine bosse machen ich weiß nicht genau wie das abläuft aber da steht halt dabei unter so ein dann schon reingehst du dabei der dann schon enthält ein boss von level 13 zum beispiel und ich muss jetzt die banditen wandel töten du wirst auch angegriffen hier geh du brauchst dein lager und dann wirst du angegriffen von irgendwelchen banditen ganz wild und du kannst die hier der bessere befehligen als per art finde ich muss sagen ich habe mich durch bei vielen spielen schwer um das so ein bisschen zu entdecken oder so oder überhaupt herauszufinden hier ist vieles selbst erklärend also ist es echt einfach gemacht ja gut nach nach daisy und nos wo dir halt nichts gesagt wird noch nicht so schwer wenn deine ausdauer komplett weg ist und sie gerade aufgebaut ist kannst du in der zeit aufgebaut wird kannst du in der zeit nichts machen also was mit ausdauer zu tun hat komm 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 jawoll ja findest du alles schon selbst heraus ich habe die ersten paar stunden der basis geht wenn wir bevor etwas was sie alles da können jetzt laufen irgendwelche hunde herum aber es ist cool wenn die tier wenn die tiere für dich was können das gibt pokémon nicht das wird schon besser ist mit server hat gut geklappt nur wie wie immer haben leute guides geschrieben und die sind falsch ich hasse sowas kriegst du die schreiben einfach geil sind die gehen nicht das stimmt nie was da steht und ist baut so jetzt schauen wir mal loot holen ohne nochmal umgebracht zu werden lol da ist dieses mammut hier auch könnte den boss easy machen ich habe doch ein hey dir und ihr dabei den neidwing auch bist du nur darkings oder bist du besser wieder alter bogen noch mal angreiften das wo educational Claudia so wie kann ich jetzt rollen okay sie hat dann solche football halber halber jäger hier hätte in eine eiswelle gepackt andere bitte 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 ich habe ein boss so ich hatte noch viel erzählt aber du wirst gerade weggerufen oder ja ich war trinken wegbringen scheiße ist nichts gesagt ich dachte du bist ich habe erzählt erzählt erzählen ich habe zum dritten mal meine kleidung und habe das habe es geschafft im boss zu töten hätte ich ihn locker aber zu fangen erster boster stark daher mein hey die haute ist gestorben beim boss kampf wie mache ich das also kann nicht weiter kämpfen kann man den wiederbeleben also heilen ich habe antikes bauteil ist ein zündkerze ich kann doppelte sachen hat wegwerfen ja du wirst schon wieder raus müssen dazu zurecht finde ich habe jetzt noch ein paar machen erzählt wenn du weg warst habe ich nicht gefußt dass du weg bist das klappt kopf kriegst du schon hin ich habe dich so halb gehört ich habe zwischendurch mal kurz verbindung verloren aber so ein halb habe ich dich gehört ja aber wie komme ich in einen verein rein ich darf hier irgendwo meine werkbank auch hier darf ich das ist alles krasse dass du am anfang sofort gezwungen wirst du musst also werkbank ist egal das ist noch nicht ein final ding erst der das ist das all die pall station ist halt der 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 block zum bauen ist auch ein bisschen so wie small land teilweise und ich wusste halt dann nicht ich wenn du am anfang so vorgezogen ist ja baum mal baum mal dein finales ding du kennst nichts hier da lebst jetzt für immer wie jetzt wollte man zum turm des syndikats hin und schauen wie die was für level das ist also ist krass so ein bisschen nervmöcher diese kinder optik aber das passt schon ja gut ist ja leider bau system ist okay muss ich sagen ob nur so eine kleine hütte hingebaut kennt mich an das was sein muss nur was sein muss aber wirklich was sein muss ich habe mir damals dach ich habe nur über dem betten dach wo es damit funktioniert ich habe schon gesehen ich dass das bett musste sicher unter einem dach sein deswegen ist da ein stück dach ja ich würde ich will das licht haben weiß dass ich mal hat tiefer kommt seine arbeit nicht nach erwartet wenn ich nach hause kommt wird der dann wirklich die peitsche mit muss mit eiserner hand regieren hier sagst du ja ich werde mich nur unterwegs und peilsälen zu holen ok hier ist der turm für die quest am bosskampf teilnehmen turm des rain syndikats zeitlimit zehn minuten und bei dem bei der anderen burg steht so eine zeit noch verfügbar der burg ist läuft rückwärts so ein paar stunden keine ahnung das wird nicht und da nicht jetzt da will trillt so was gucken hier ich schätze mal weil das alles automatisiert ist und so viele quality of life features ist vielleicht das hauptding gar nicht so drauf gelegt auf dieses baseball dingster sondern du hast vielleicht die kämpfe und sowas dann somit richtig geistert und kummern muss die basis läuft ja dann quasi von alleine eine kleine hause ich kann mich hier dahin porten ebenen des aufbruchs dachte ich gleich machen können eigentlich recht mehr gewesen hast du ich kann direkt im lager spawnen man kann halt im lager schnell reisen ich bin auch der brüder merken ich dachte im lager kann man die schnellreise nicht starten man kann dahinter reisen anscheinend geht es ja doch hier bei dem hauptteil mit c hey unbekannte gilt es hier was wo ja gleich umhauen oha was hast du denn da schönes leider geht nicht für es persönlich genau zu betrachten versuchte so dann ok gut gut moin hallo so schaden aber die dinge habe ich alle beschädigt wird der turm ist auch so was wie arg wo er halt alle in angriffstellung setzt kannst du jetzt trotzdem noch dein ding machen mit dein quest mit allem ja ja cool ich meine du hast gerade irgendwelche quest für mich abgeschlossen die von dir aber habe ich ja kann ich nämlich mal eine abtrünnige werkbank hier abreißen so können wir das nicht erweitern der zweite hast du das baugebiet ist jetzt nur hier oder was kann also ich konnte hier nur bis zum kreis da also genau so blau das ist und das ist da ein gebiet du musst dir das mal hier geben ich habe das gebaut die dinger fahren unendlich ja hier bin ich am stück holz vorbeigelaufen habe erstmal 200 holz mitgenommen ja ja das einfach auf den boden werfen so dass in die kiste die typen und die spieler spritziger zeit hier der ottifant wie ich ihn genannt habe ich muss mir irgend so ein vieh prügeln bin zwar voll gegen gewalt aber ok wenn das spiel mir das sagt boah 390 steine schon dass wir die ganzen sachen in die kiste rein weil man durch die kiste fahren tut man goldmünzen und pfeile aus der kiste oder so kleine palen sehe ich muss meine rüstung reparieren also manche background sounds sind ja ultra laut ne ja sind sie gerade der lauteste wusch der welt voll erschrocken rüstung wie läuft das game denn gut oder ich hab hier quality nichts umgestellt läuft 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 uns ok schön schön wie also wenn einer gestorben ist kann man den wieder belieben bei pokémon geht das ja der typ ist eingebildet also die fähigkeiten sind krass passive fähigkeit eingebildet kampf unfähig muss man gleich schauen was der boss kann ey was ist denn der boss 335 jetzt hat so man muss doch einfach nur lesen ich habe hier einfach zwei hühnchen getötet ich hätte einen ball werfen sollen ja 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 habe ich auch gemacht nicht schlimm du musst du musst brauchst du auch müssen der boss hier die hoch ist denn die hoch ist denn der der boss ist ein drache oha da ist chillet 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 der kann sammeln und kühlung äh kann sich zusammenrollen und so mit enormer geschwindigkeit fortbewegen früher hat man äh domestizierte chillet mit beutel von milch auf die weide gelassen und mit hilfe ihrer zentri die fugalkraft butter hergestellt ja sicher was denn sonst kann tschuldigung meinte ich nicht kann als reitte genutzt werden beim reiten erhalten deine angriffe das attribut drache lol also ein eisdrache genauso wie die eis mages sind die waren da hinten wütend auf mich ich bin vorhin weit gelatscht und die sind sie haben mich die haben mich nicht lange nicht geliebt hier ok cool man ich tue mal den boss in die in die basis dingsen so geil wie die wie die rumfliegen und die sachen transportieren so süß ich habe auch eier die muss ich ausbrüten habe ich gefunden unterwegs habe ich auch alles jetzt neu jetzt für mich so oha was war das was steht hier nochmal was wir machen hier nehmen wir noch musik laufen hier wollte ich jetzt schauen genau den boss wollte ich raus nein nicht packen man kann ja auch packen mit f ich gar nicht so äh das schwein ich also dass wir dürfen den tefanten und den guss muss niemals rausnehmen weil der eine gießt und der andere tut anpflanzen die sind hier fast verhungert vor allem als ich weg war habe ich ihn aber noch tief angebracht hier der hat mit aqua schuss der pinkelt die alle anderen gut ist und die und die süßesten sind diese kativa diese pinken diese kleinen die sind die die maloche heute die tun alles maloche mir bei allem helfen das sind die stein typen und da ist einer depresso das hat genau der muffi schlumpf so was schlecht gelaunt das ist voll der muffi schlumpf flambelle sein schein des pandos riesen ein feuerfuchs da fox parks das habe ich habe auch tanzi habe ich da da ist einer tanz ich habe den verbitten dance habe ich am start digger verbitten werden wir haben sie da heißt echt anz ee tanzi ach das ist sogar zum boston kommen mit wem tue ich denn den ich habe jetzt mehr genug holz habe ich nur mal den ich tue mal den boss raus ok der boss geht direkt ins haus hallo das ist der boss den ich hier das geht er aber der macht ja glaube ich nichts der boss der guckt nur dass der boss also die erste was was macht er gut ausschauen heißt die unsere gelde unbekannte gelde oder was ja ach so ich hab ich hab ich hab nicht mehr muss das für die gelde haben anscheinend erstellt das automatisch ich habe einfach den charakter kreiert und bin losgelaufen nachdem ich die aufnahme am 12 uhr mittags gestartet habe gingen sie um 20 uhr weiter so geil immer geblickt bobe ist aufnahme pausiert 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 ja ok den boss muss ich mir so mitnehmen hat er irgendwelche wow was macht er hat er irgendwelche gedankenspielchen macht er ok der ist unten unnütz der ist fürs lagern nutzlos vielleicht zum verteidigen aber so die nehme ich dann mit in mein team anstatt den anderen der gestorben ist aber der gestorbene ah der ist wieder da in 10 minuten wenn du ihn in die box tust ach du kannst auch sortieren hier warte sortieren nach level nach alpha ne ich mach nach ah der passt ich sortiere es so nach stärke also nach ne nach nicht nach stärke nach äh pall wo kommt der hin allerdings auch es ist aber ok bisschen controller like controller geht super habe ich auch getestet und nachher erst realisiert ist es ja auch auf der xbox gibt es teil naja gar nicht gewusst ich habe schon gewusst dass es halt das gibt schau ich zeig dir mal meinen flammenwerfer und das ist dass man keinen detikettet server machen kann und noch nicht joinen kann auf detikettet server bei xbox so ein scheiß mann also mein game pass version na sehe ich dich eigentlich auf der karte jage ich tue mal das den herausholen kommst du her warte ich habe ich habe ja was für dich und walkers also zu zeigen hier oh 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 was für eine reichweite gerass mal hat es einfach so eine feuerbox hast du flammenwerfer ja ich habe auch so ein typ der steht dabei der ist so maschinenpistole habe ich ganz vergessen ich weiß nicht ob ich jetzt eine bauen muss oder es ist genau wie beim flammen ding dass er das halt kann einfach das weiß ich nicht mal gucken wieder rein da zack ist halt wie arg mit dem bellen lustig hier partnerfähigkeit zu den waffen ist ein kleines äffchen nämlich wenn man kundes langräucher nicht mit dem team haben und zwar nicht mal das äffchen hier was er kann da steht als als d warte windschneider freies lobes macht er so ist es hier besser das äffchen da und die haben alle noch besondere eigenschaften jeder und es gibt auch noch von jedem so speziell ich habe einen rahmen gefunden sogar von so einem schäfchen total verwirrend alles aber aber richtig geil nutzen früher lange gegenstände wie äste als waffen irgendwann fanden sie heraus dass menschliche gewehre auch schon lange um und um einiges effektiver sind die affenmann kann auf befehl einer bestimmte zeit lang gegner in der nähe mit dem sturmgewehr einheizen der kann auch alles der kann säen der kann holz fällen der kann sammeln kann einfach alles dabei ist noch gesperrt ach so ja okay die fähigkeit was macht er jetzt 880 wie sie guck mal an jeder in den fakt hat sie schon ist der tanzi sogar du wirst du mal mal loben der tanzi oder nicht nur der youtube videos machen und sagen jetzt bleibt und dann online gehen und geld bekriegen ich habe ach so wir können es eigentlich hinlegen wenn du willst du bist nachts glaube ich kein bett und da habe ich ein typ der hat hat schatten magie dann habe ich ein anderer typen wenn der gruppe ist für die schatten magie verstärkt halber priester und der trägt halt die bären dahin die sind voller malochen die ganze zeit sage ich dir so hört sich das ja richtig so voll krass hier da ich habe bei b einfach das gilt hast du sechs was kill den scheiß an hier möchte gebaut kommt jetzt jetzt kommt hans die guck mal schaut da oben kann ja durch schau mal kann man her jetzt kommt tanzen baut es für dich und du kannst ihm helfen und du willst mit f kommt noch ein anderer soll das glaube was tun für seinen futter dieses wort oder please ließ fliehen wird doch noch ein video ist muss es über die arbeitskraft was tun für sein mutter das muss ich ein zweites dach hinstellen oder das hatte ich habe es gibt ja hier wartet sagt wie sie gut nach etwas neu wird genommen so geil die sich wenn sie sich hinlegt was du da alles hießt das ist super schön aber geschlafen ich muss jetzt meine quest ist baue primitiver hochofen und baue heiße quelle du kannst diese sachen einfach in der kiste legen dann können wir darauf zugreifen oder die anderen machen das einfach scheiße ich wollte einfach sehen wie jetzt so ein typ vorbeikommt und wegschleppt ja macht das macht er ja ich muss mal staunen weil ich sind die unendlich stackbar dieser weil es ist dann blödsinn ich in zwei kisten holz tue oder so immer die ganz linke holz und stein du kannst ja oben sogar ganz nicht suchen so thema mal kurz ich habe mega sphäre für für bessere dinge für verbessere größere gegner gefangen kannst ich habe es wenn wir fangen auch nicht gecheckt im anfang weil ich habe auch nicht pokémon gespielt aber du wirst dann ball auf die aber du musst ja doch treffen anscheinend du kannst auch daneben werfen du musst die beim hinwerfen treffen dann geht diese sphäre aber trotzdem weiter weg hoch und zieht sie rein und dann wird die wahrscheinlichkeit dann noch berechnet wie viel prozent er das überhaupt klappt es hat mich so ein ghostbusters erinnert wenn sie so eine falle runter schmeißt wie das ding auf und geht so lichten und zieht es rein fand ich auch nice also echt cool sturmgewehr ich habe vor allem lager überfallen ich gehe ins lager von so banditen ich spanne mein bogen geht nichts nichts geht nicht mehr keine schüsse mehr und die schießen gerade auf mich du 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 und ich gehe den bogen also die mit maschinengewehr schon vor mir und ich irgendein bogen geht nicht ich bin hingegangen und habe mit dem baseball schläger habe ich ja da fertig aber mein ding hat mir geholfen aber der kam zuerst nicht ins lager rein vom lager verpackt ist ja alles deck mal ein sehr wahnsinn man ist ja wahnsinn sortieren ich denke erstmal alles in meiner tasche dann kann ich so stacken passt wie die feine bereut die munition kann ich jetzt nicht verwenden die roten bären behalte ich doch die pilze ich kann sogar du kannst sogar bären grillen wie homer das gehen soll aber du kannst werden stark so wenn du die schafe in der in die in die in die stadt die grunddinger hat einmal als haben sie dir schon erklärt die grunddinger vom spiel natürlich ob was ist das wenn du hierhin gehst und die taste f drückt geht es gleichzeitig kannst du auch machen da musst du warten auf mich das ist ja noch besser man das kann kaum spiel denn das ist so die die typen die da unten sind arbeiten aktiv im lager die machen halt dies das und die da oben sind hat ist ja die sammeln die du hast und die die du mit dir mitnehmen kannst es links dein team kannst du so reinschieben da kannst du mitnehmen du kannst aber anscheinend immer nur eins draußen haben musste ich nicht hin und her wechseln mit taste 1 3 und e deployen halt also mit daraus werfen und wenn du eins raus wirfst und draußen hast hilft das auch im lager solange du hier wirst ja mein schicke rippie der läuft hier irgendwo will du mir genau wenn du wenn du jetzt wenn wir zum beispiel wolle oder stoff brauchen brauchen würden würden wir halt diese schafe da da runterziehen dann helfen sie den helfen sie nicht nur im lager sondern sie gehen halt hier hinten hin die hühner legen hier eier und die schafe die tun hier ja warum wolle und so ein scheiß wolle nicht nur scheiße hinlegen kann zusammen und da ist ein stein der typ hilft da hier mit holz muss hier fünf schafe waren ach schon dass die erste quest genau da macht das mal die ersten ziehen die ersten ziehen von einer spezies gibt extra xp also zehn schafe habe ich auch noch nicht gemacht ja was kann der depresse überhaupt ach so der kann auch mal hoch und tausche ich mal den gegen einen depresse aus mir mal an wo ist denn der was macht er jetzt hast du da geht und klopf steinchen 378 steine lol was wir okay das ist geil mit was für eine motivation er kloppt also das musste nachher anschauen der andere hat doch holz gehackte affe so richtig ja fröhlich geil 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 und die depresse steht da mit der spitzhacke mit einer hand so gar kein bock also wirklich wild so detailliert alles sie haben alle so heftiges eigenleben ja es hat krass wie gesagt ich kenne das hat nur also kannte das hat nur das meme game so pokémon mit waffen und ich hatte halt damals unten trailer gesehen wusste ja keiner dass da mal echtes spiel raus wird war das nicht in april scherz hat man sie gesagt war das das spiel was als als bildscherz abgestempelt wurde und dann war es doch keins und ich meine wenn du jetzt hier auf diversen plattformen guckst habe ich habe ich gar nicht geschaut also ich komplett steil ja twitch youtube alles oder was ok hätte ich finde ich gut ist es auch super aber es ist halt jetzt auch nicht besser als alles also als alles andere also es ist halt ein neuer release ja ja klar klar auch so was ich noch gesagt das gibt ja wegen dedicated server gibt es halt wieder geilen anleitungen videos die nicht stimmen die falsche das geht so nicht das ist sogar bewiesen im video steht sogar da so wie es macht geht nicht daneben wo es macht hat mich so getriggert nur hauptsache schnell geilen herausbringen sowie bei arco mit allem wird es nicht auskennen dass bei arc 2 oder bei arco sind haben sie copy pass 1 das geht aber nicht was andere befehle sind ich schickte mal einen kleinen screenshot von kleinen text und du und du siehst genau was da steht und das zeigt dem video und sagt und sagt genau dass das was man es machen soll aber also er tut genau in die fallen eintragen die da steht ich schickte mal was hier ich kann es auch zeigen hier steht ganz groß ist configuration file is a sample of the default server settings change to this file will not reflect on the server und er trägt da ein er tut da eintragen er will und ich bin ja auch normalerweise ein typ der alles über ließen alles über sieht aber ich habe das geöffnet und zufällig das erst was ich gelesen habe war das dann dachte ich mir okay finde ich interessant das ist eine standard ding ist dann tut man die verändert und dann muss man halt extra sichern aber die bleibt immer gleich egal was ist die muss das war immer mit der welt ja das ist das ist nächste quest also das ist das ist der nächste boss level 30 ist ja oder so er ist halt noch ein bisschen zu hoch ja ich bin überrascht wie flüssig läuft noch auf meiner kartoffel hier das ist läuft generell sehr heftig irgendwie aber und zu verpacken die tiere wenn sie irgendwo hinlaufen und binde zwischen zwei übermännlichen bergen oder bäumen bis auch aber das ist nicht so schlimm da habe ich mir jetzt eigentlich schlimmer vorgestellten und kannst du mal vorstellen dass wie gut das spiel optimiert ist im vergleich zu vielen anderen naja ist ja nur ein zeichen dass es eigentlich geht wenn die leute das wollen die entwickler ja natürlich geht es halt weil dann läuft es halt auch noch auf der 1080 ja ich habe hier halt auch settings und alles ne ich habe das hier alles auf volle pulle ja ich habe hier alles auf maximal also mit der 1080 hat und kann man also es läuft flüssiger als wir werden sind wir ganz ehrlich ja wir waren hier so gut optimiert ich habe ich habe aber schon was gefunden was ich nervt dass er wenn man hittet mit der maustaste deshalb zweimal hittet man also das machen das ist ja schon will dann stötest du das tier anstatt laut zu hauen besonders also mit dem knüppel oder so macht er zack zack ist schon coole animation aber ja aber wenn du halt das level 1 fangen willst dann wild muss das ein bisschen box dann geht das schon boxy moxie schmuck sie ja wie gesagt von der performance ich bin hier ultra positiv überrascht weiß nicht genau was für engel ist vielleicht ein eigenes aber dadurch selbst ist halt fordert erfordert nicht so viel glaube ich reicht doch ob das super schaut nett aus durch dadurch dass es gezeichnet haben sie da schon mehr vorteile so so zeichen sachen schon hat immer lange gut aus sage ich mal bitte haben ein stein hingebracht okay zack ich weiß gar nicht wie hoch diese stacks gehen faser ich tue mal die kiste lederknochen hohen ich habe voll die drüsen elektrodüse giftdrüse feuerdrüse eisdrüse was zum teufel toko 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 feder ist aufgrund der schönen färbung beliebt und kann zur herstellung von kleidung verwendet werden okay mal den progress an dass ich da weiterkommen hier pallöl polymer platten gibt es oder der fuck halt wirklich arg hochwertiges pallöl darf kommt da kann polymeröl herstellen ich habe ein alter bogen bauplan zu bräute ist denn ich habe das schon alten bogen einfach also nicht in die kiste getan weil man aus der kiste kräften kann ob noch mal sowas so mein scheiß hungrig sorry erst mal gegrillte beeren können kann sie sauchung welche sondern egal so dass ich mal das beste nach miesen das beste nach miesen eine sekunde lang luft kriegen ja ich hätte ja das ist geil ich helfe dir mal schneller wie geil habe ich es jetzt genommen original seit dem corona scheiß ne ist so schlimm und zack nase wieder zu dann nur noch dauer ließen die ganze zeit mit pfeffer wieder rumlaufen bist du dann nicht dann bist du nicht so ein typ der dann anfällig ist der nasenspray und sowas wenn ich das benennen muss ich nur niesen das war nervig hast du das sterbe ich von aus ich kann also weiß ich nicht auch nicht bin ich nicht die menschen 0 naja ich gehe durch kann ich nicht aber es gibt da diese leute sind als wirklich süchtiges habe ich ja habe ich habe ich gar nicht gewusst bis ich gesehen habe die kinder of queens folge oder außerdem ist nase spray aus der hand schlägt in der apotheke und schreibe ich versuche dein leben zu retten und der wort aber der namens verkaufen ja hier haben wir ein bisschen der ball hat sich das nasenspray durch wie kann es weiter noch der bestellt das hat den 10er box um mein gott ich glaube man hat auch gesagt dass er süchtig ist gut der verfällt von einer sucht zunächst wird alle sichtige schon gab es ist der sucht anfällig von allem für schon mal kurz kann ich hier bin ich gelevelt ja ich mache ausgauern es hieß wenn wenn man wenn man den geruch von benzin mag ist man anfälliger für irgendwelche süchten ist auch kein mann oha bin sie auf jeden fall ja sicher klar wenn sie main dass man schnüffeln gehen besser so einmal im woche oder einmal zweimal im monat vielleicht sondern zur tankstelle da schnüffeln anstatt andere süchte zu haben ja einfach baseball schläger ach so ich habe diese dinger gebaut hier mehrere ich habe die in auftrag gegeben dann haben die geholfen bei allen deswegen ich hatte erst nur eine dann war es eins nach dem anderen dann habe ich jetzt drei sachen oder so in auftrag gegeben dann haben die halt geholfen bei allen hier feine da pokéballs also pop ball was heißt das ich muss man ein paar mache ich habe nur 13 ich lass mal herstellen hier von den leuten ich kann nur 20 herstellen wiegen ach so wegen dem grünen blauen links da machen lassen hier wegen dem pokémon da er wegen dem blauen da das das gibt es ja hier nicht in der gibt es nur stein vorher haben sie das noch gemacht weil sie einfach die steine abgehackt haben der typ der der rosa der typ wie heißt er noch mal katta vita kativa der ist die ganze zeit mit dem kopf gegen stein immer gelaufen gelaufen und dadurch hat das immer abgebaut und das hat auch zwar so nervig dieses geräusch dass ich froh bin dass er das jetzt nicht mehr macht aber dann habe ich diese dinge nicht mehr ok das herstellen kann hochofen und primitiven quelle hochofen hatte doch heiße quelle geht jetzt der hochofen war das nicht kann ich auch geil lol hochofen der schaut riesig aus ich habe noch nie in keinem spiel so kleinen ofen sind das ist genauso wie das lagerfeuer schlecht mal daneben what the fuck ich kann das muss aber weiter vorstellen irgendwie keine ahnung gibt halt nicht da hochofen was den flammenfuchs davor setzen können wahrscheinlich ja du brauchst doch genau von dem wie drüsen oder erst mal feucht wie fans weiter beste ich habe noch fünf kommen und helfen mit die psychos wir können nicht zu zweit sein oha ok jetzt brauchen wir das ernst endlich mal na es ist ja jetzt habe ich gesagt muss ich nicht wozu ich es gesammelt habe was nur 27 ich habe doch die kiste hier greifen auf die nicht zu welcher am anfang mindestens 47 hier sind 21 gut habe ich verbraucht egal ok geile sache so wir könnten den gillen da unten wenn denn gilde unbekannte gilde habe ich geändert als das angenommen wurde bekannte gilde fühle ich fühle ich aber das ausrufezeichen sieht scheiße aus muss ich wieder wegnehmen oder irgendwie schaut das komisch schaut im namen komisch aus wenn du mich so anschaust siehst du es glaube ich so ein bisschen im namen scheiße aus so ist cool das sieht man auf 500 km reichweite ja ja voll geil wir müssen wieder rausnehmen oder ändern jetzt hat sie geschafft ich musste natürlich das ganze neu schreiben ich wollte nur das b weg machen wie das andere groß und kava gegen schief alles dann stellen wir maximum erz kann man ja nicht so so warte schlange machen hier kann gar keine helfen bei dem ofen hier das geht einfach wie geht das also der hochofen ich habe jetzt ausgewählt ich kann nur aber ich kann auch nicht erst helfen machen der ruf noch richtig ja da kriegst man einfach alle gegenstände natürlich so richtig so warum denn nicht warum soll man denn das nicht machen no one survive kriegst du bei bei einigen sachen die du brauchst die gegenstände zurück bei einigen nicht bei den gebäuden sowieso nicht das ist halt nur preis also lern geld ja nerv geld das will ich auf jeden fall auch weiter spielen das schon cool da gibt es auch so npcs das haben erst gestern noch richtig herausgefunden palladium bruchstück da brauchst du ein zentrum wieso noch meistens hier hinten beim spawn oder sonne die also die ressourcen spawn auch ziemlich schnell wieder das sind krass welches die spawnen bäume wachsen auch instant ich hier mit mit beschläge auf den erz gehauen kann ich jetzt nicht dem sagen also mir helfen soll weil ich habe nämlich den jahr das hier abpacken ja komm ich mach der chef noch mal selber zehn stück man kann bäume hochklettern ja geht das echt weiß ich nicht kommen wir haben abgehakt du kannst halt alles so komisch und also grad hochklettern guck mich an hier ich stehe weiter weg so warte ich mach mal licht hier ich habe licht dabei für uns du bist gar nicht der tanzi wo bist du ich dachte ich dachte du bist der tanzi guckst du bist du da verpackt oder was du schwebst da nicht und jede wie geil hatte ich will auch ja das geht ja wirklich ja das ist genauso wie bei wenn in den wänden denn denn ich kann so klettern bei den bergen nie ringsherum laufen oder so ich bin auch oben schwebe ich auch so komisch wie heftig und dann mit dem gleiter runter hier ist der gleiter gebaut krass man ich finde die nacht jetzt auch nicht so schlimm erst danach habe ich ein bisschen gestört so wie so wie immer aber das geht man kann ja auch stehende flachen fackeln hier tanze kommen mit mir mit anstatt zum malochen alles klar arbeitsverweigerung habe ich jetzt von den 15 ich brauche noch ein paar auch die 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 pokémons so also die pfalz die schlafen auch in der welt ganz normal dann kannst du sie auch manchmal erwischen und tust ja schon mal beschädigen vor die aufwachen lol ist wieder die ich brauche den ich will den haben hat noch kein dino dann haben wir wirklich arg was für level ist er denn ich will nicht töten direkt das 14 oh mein gott da wird mich vernichten die nur nämlich voll mit einem mit einem rasierblatt fast umgeschlossen hat ich werde mal soll ich mich mal alleine damit mit dem ding zusammen warte mit nightwing der ist so krass der vernichtet ihn sofort aber wir können ja mal anfangen warte vier mein ziel angreifen rechte maus dass er anspannen und drei schuss in den kopf warte ich tue den weg stopp stopp ich habe den weg getan unser 20 prozent nicht geschafft noch mal da kommt es nicht auch noch die gleichen rasierblatt die sie ist nicht nicht vorsichtig vorsichtig du kannst du kannst du so schlecht deutschen wenn ich ihn noch einmal schießt also fast oder nicht deswegen ich kann ja doch jetzt hier nicht jetzt hat noch mal je mehr du anspannst desto mehr schaden machst du jetzt kommt komm 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 ich habe ja jetzt lebendig hier ich krieg hier so vor dir rum ach man kann man kann der netz oha zu zweit ultra das wird ja immer krasser das game wie geil direkt von hap wahnsinn echt ich hab ich habe da auch fast gestorben so bin ich schon ein paar mal gestorben weil die hat einfach nicht gesehen werden kann aber der wasch was besonderes der walt höher als ich das ist schwieriger ja das war der typ den ich hier von außen angeschossen hatte ach so okay ich dachte da draußen irgendwie in drei höheren oder so okay okay hey die pen alle lassen es auch wenn ich bin so eine idee auf wenn